Der US-Reporter Ivan Gashkovich ist in Russland in einem umstrittenen Spionageprozess zu 16 Jahren strenger lagerhaft unter verschärften Bedingungen verurteilt worden. Der Korrespondent des Wall Street Journals soll nach Ansicht der Richter versucht haben, für die USA an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu gelangen. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. Gashkovich hatte die Vorwürfe in dem Prozess zurückgewiesen. Westliche Beobachter sehen den Journalisten als Faustpfand Russlands für einen möglichen Gefangenaustausch mit russischen Häftlingen im Westen.